Hinter Sylvia Wollny und dem Rest des Wollny-Clans liegen turbulente Wochen. Am schlimmsten war dabei wohl der Streit mit Kalanta Wollny. Sylvia Wollny ist Konflikte gewohnt. Immerhin hat die 59-jährige Sage und schreibe elf Kinder und 18 Enkelkinder. Mit einigen Familienmitgliedern ist das Oberhaupt der RTLZWEI-Großfamilie übel zerstritten. Dazu zählte bis vor kurzem auch Tochter Kalanta Wollny, die sich im Hinblick auf ihr Kind Kataleja alias Püppi verraten und hintergangen fühlte. Die Kehrtwende brachte die Verhaftung der 23-Jährigen, denn Sylvia Wollny sprang ein und bezahlte eine offene Geldstrafe, bewahrte das in Unnade gefallene Kind so vor einer 45-tägigen Gefängnisstrafe. Im Gegenzug versprach Kalanta Wollny, sich künftig zurückzuhalten. Danach wurde es still um die Mutter der kleine Püppi, die übrigens längst von Sylvia adoptiert worden ist. Neue Staffel, Die Wollny's, eine schrecklich große Familie, startet bald, darum geht es in den neuen Folgen. Diese Geschichte, die viele Wollny-Fans brennend interessiert, wird aber genauso wenig Thema der 16. Staffel von Die Wollnys, eine schrecklich große Familie, startet am 6. März auf RTLZWEI, wie die überraschende Versöhnung mit Sohnemann Jeremy Pascal Wollny. Laut Sylvia Wollny dreht sich die 16. Staffel, die in der Rechnung vieler Zuschauer, innen sogar schon Staffel 18 heißen müsste, stattdessen vor allem um Baby Hoop, die Tochter von Sarafina und Peter, die letztes Jahr in der Türkei geboren wurde. Sie lebt sich ganz toll in unsere Familie ein. Was noch super war, war der erste Flug, den die Kleine von der Türkei nach Deutschland hatte mit uns, und so schnell wie sie groß wird, das ist der Wahnsinn. So viele Kinder und Enkelkinder, ist schon schön in so einer Großfamilie. Und gerade Emory und Kasay, die beiden Brüder, also die Zwillinge, die lieben die Kleine, das ist Wahnsinn. Deshalb träumt Sylvia Wollny von Frieden, auch die Vierfachtaufe von Hoop, Aurelio, Linus und Hailey in Radheim wird in den neuen Folgen von »Die Wollnys« zu sehen sein. Das ist alles gar nicht so einfach, zwischen Deutschland und der Türkei zu pendeln und so eine große Feier zu planen. Ja, da bleibt nun mal der Stress zwischen den Geschwistern gar nicht aus, verrät Sylvia, dass in der neuen Staffel aber nicht nur auf heile Familie gemacht wird. Streit kann das RTLZWEI-Urgetein aber gut verkraften, denn ein zu ruhiges Leben wäre nichts für sie. Ohne den ganzen Trubel könnte ich gar nicht mehr. Auf ihre Träume und Wünsche für 2024 angesprochen, macht Sylvia Wollny deutlich, dass sie trotz allem ein gewisses Bedürfnis nach Frieden in sich trägt, wenn auch nicht direkt in Bezug auf ihre Familie. Ich wünsche mir ganz einfach, dass die ganzen Katastrophen in der Welt ein bisschen aufhören. Wir haben ja selber am eigenen Leib das schwere Erdbeben in der Türkei miterlebt und die Menschen dort auch. Und dass es endlich mal aufhört, dass Gott und die Welt in Frieden leben kann.